Kenners! Willkommen zur Gewinnspiel-Lösung, Auszählung, der Gewinner. Das letzte Giveaway ist seit letzter Woche beendet. Ich habe auch schon die Gewinner feststehen, aber konnte es noch nicht rausposaunen. Einfach aufgrund fehlender Zeit, aber jetzt bin ich ja da. Wir fangen diesmal von hinten an. Die CZ-75 Autopole Position. Diese Waffe bekommt, beziehungsweise gewinnt, Max der Große. Nice, Max, nice. Mit der Waffe kannst du ordentlich rumhimmeln. Wir gehen direkt über zur nächsten. Da haben wir den R8 Revolver Crimson Web. Dieser wurde gewonnen von Lukas Schmidke. Nice, Lukas, nice. Ich sage auch gleich noch, wie er an die Waffen ankommt, wie er sie abholt und hin und her. Die dritte Waffe im Bunde war die MP7 Empire. Diese hat gewonnen. Wurde gewonnen, Gott, die ist dumm an. The Russian Comedy. Viel Spaß mit der MP7 Empire. Die Gewinner schreiben einfach, oh, ich habe gewonnen. Also hier unter dieses Video. Ihr seht ja, dass ihr gewonnen habt. Das ist ja die Möglichkeit, wie ihr eben herausbekommt, ob ihr gewonnen... Ihr wisst, was ich meine? Und dann schreibt ihr einfach in diese Nachricht, hinter dieses Oh, ich habe gewonnen. Wobei der Wortlaut da völlig egal ist. Ihr schreibt einfach da hinten dran noch euren Steam-Link. Aber nicht euren Trade-Link, den Steam-Link. Also den Link zu eurem Profil. Die vorletzte Waffe ist die Galil-Aryas Stone Cold. Diese hat gewonnen. Lewin Tees. Lewin, Lewin, Lewin. Herr Tees. Sie haben diese Waffe hier gewonnen? Einfach hier drunter schreiben, oh, ich habe gewonnen. Nice. Hier ist mein Link. Und der Gewinner der AWP Warmgott Factory New ist Monsieur Bangman. Alter Verwalter. Leute, herzlichen Glühstrom von mir an dich, Sir Bangman. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.